Microsoft Publisher Gestaltungsregel 2 Schriften Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Schriftart, also nicht verschiedene, oder dann vielleicht nur zwei. Verwenden Sie für Gleiches auch gleiche Schriftgrössen. Im Zweifelsfall nehmen Sie die kleinere Schrift und vermeiden Sie Schriftverzierungen, also keine Verzerrungen, keine Schatten und keine Kapitelchen. Legen wir los. Wir hatten vorhin den Text dieses Flyers aufgeräumt und haben all das hier minimiert auf das wenige hier links und noch eine Erklärung dazugelegt aus dem Internet, was denn dieses Rothaus überhaupt ist. Ich habe sie gefunden und habe sie hier mal hingesetzt. Vielleicht findet das Platz oder dann eben auch nicht. Also den alten Flyer lege ich zur Seite. Ich packe nun den ganzen Text hier in Word, mache mit Ctrl-C und Ctrl-V hier dann im Publisher den Text wieder hinein. Oder ich packe einfach den Text hier in Word, gehe zum Publisher, lasse hier den Text wieder los. Da ist er als einzelnes Textfeld. Daran arbeiten wir jetzt weiter. Ich stelle den Text zur Seite, denn er stört hier auf meinem Papier. Ich mache das Textfeld noch ein bisschen schmaler, vielleicht so. Und habe nun alles auf dem Bildschirm. Da nochmals ein bisschen breiter, etwa so. Und ich beginne zuerst mit der Schrift, die ich überhaupt will. Es soll eine leserliche Schrift sein und eine Schrift, die natürlich auch auf meinem PC zu finden ist. Deshalb hier eine kurze Theorie. Ich hole ein Textfeld, ziehe das Textfeld auf und schreibe mal diese drei Buchstaben hier hinein. Markiere die Buchstaben, mache sie viel grösser und schaue mir das einmal an. Publisher wählt standardmässig Calibri. Ich wähle nun zuerst eine Zierschrift und schaue mir das mal an. Also ich markiere hier. Danach wähle ich hier oben unter Schriftarten. Jene Zierschrift, die vorhin drin war, die hieß Brush Script. Und nun ist dieses Well schon beinahe nicht mehr lesbar. Also das nicht. Ich mache das wieder zurück und wähle das nächste. Ich wähle eine Serifenschrift. Die bekannteste ist wohl Times New Roman. Also hole ich die Times New Roman hier unten. Times New Roman und kann hier auch Serifen erklären. Diese Füsschen hier am Buchstaben A oder hier oben beim V oder dann hier beim L, das sind Serifen. Diese Serifen wirken ein bisschen altmodisch, sind auch nicht sehr leserlich. Also ich wähle eine einfachere Schrift. Ich markiere wieder und wähle diesmal folgende Schrift. Sie ist auf jedem Computer zu finden. Century Gothic. Die ist schlicht und man kann sie sehr gut lesen. Natürlich haben Grafiker noch schönere Schriften, aber die Zahlen, die teuer und wir sind nicht Grafiker. Verwenden Sie keine Schatten. Schauen wir uns doch mal die Schatten an. Damit man das besser sieht, mache ich den Text einmal rot. Und füge nun diesem Text hier einen Schatten zu. Das findet man hier bei diesem kleinen Pfeil. Gehen Sie hier drauf. Hier hat es weitere Effekte. Und bei weiteren Effekten hat es hier Schatten. Man könnte das nun von Hand einstellen oder hier einen vorgegebenen Schatten auswählen. Ich nehme den hier. Schatten nach unten. Okay. Man hat hier bereits eine kleine Vorschau. Und okay. Das wäre also der Schatten. Lassen wir den wieder weg. Gehen zurück. Wir sollen den Text nicht verzerren. Ich verzerre einmal dieses While hier. Ich markiere es, gehe wiederum hier oben drauf, hier auf den schwarzen Pfeil und wähle hier weitere Abstände. Sie sehen hier bereits einen verzerrten Buchstaben. Ich verzerre mal mit 200. Okay. Und Sie sehen, tatsächlich sieht hässlich aus. Ich gehe wieder zurück. Ich markiere wiederum While. Gehe zum selben Werkzeug hier. Da ging es schon sehr schnell. Es geht um die Buchstabenabstände. Weitere Abstände. Und hier, komischerweise heisst es hier Nachverfolgen. Ich weiss nicht warum. Ich lasse es mal bei Normal. Aber tippe hier einfach statt 100 200 ein. Und Sie sehen, der Buchstabenabstand wird dann vergrössert. Geht auch nicht. Natürlich kann man all das, wenn es ein bisschen verwendet wird, auch irgendwann sehr wohl gebrauchen. Ich gehe wieder zurück. Verwenden Sie keine Kapitelchen. Was sind Kapitelchen? Das sind Grossbuchstaben und Kapitelchen sind ein bisschen kleinere Grossbuchstaben. Also wenn ich die hier jetzt einfach ein bisschen kleiner machen würde. Normalerweise schreibt man ja Well so. Well. Und wenn ich diesem Wort nun sage, es habe Kapitelchen oder es sei mit Kapitelchen geschrieben. Das findet man hier oben bei diesem kleinen Pfeil. Klicken Sie darauf und ich schreibe hier Kapitelchen. Okay. Das Übernehmen ist gar nicht nötig. Okay. Und jetzt sehen Sie, Publisher hat automatisch aus den Kleinbuchstaben Grossbuchstaben gemacht, aber nicht gerade so gross wie der Anfangsbuchstabe. Verwenden Sie das nicht, denn Grossbuchstaben sind schlechter lesbar als Kleinbuchstaben. Also wieder zurück. Wir haben noch eine Möglichkeit. Wir können in Publisher das Kerning steuern. Das funktioniert nicht perfekt, aber vielleicht sind Sie mal froh darum. Was ist Kerning? Kerning ist der Buchstabenabstand. Hier bei A und L ist er ziemlich nah. Und zwischen V und A ist er irgendwie viel grösser. Warum? Wenn ich von der Oberkante vom V nach unten gehe, bin ich hier bei der Unterkante vom A. Eigentlich könnte man das A unter das V stellen. Das ist gemeint mit Kerning. Ich versuche es einmal. Ich markiere das Weil. Gehe hier oben auf dieses Zeichen. Gehe auf weitere Abstände. und bin nun bei Kerning gelandet. Ich verstelle einmal das Kerning hier und schaue bei der Vorschau, wie das nachher aussieht. Ja, jetzt dünkt es mich, das L rutscht ein bisschen sehr nah ans A heran. Und das A, vielleicht, vielleicht. Ich lasse es mal so stehen. Die Vorschau sieht nicht gerade vielversprechend aus. Ich sage mal übernehmen. Okay. Und sehe, ja, irgendwie hat es nicht richtig funktioniert. Vor allem ist dann auch das L jetzt zu nah daran. Okay, ich könnte einfach diese beiden Buchstaben extra steuern und beim L nicht. Aber das ist ja schon sehr aufwendig. Machen wir es wieder zurück. Wie soll es denn nun sein? Ganz einfach, simpel. Ich lösche dieses Weil. Ich markiere den ganzen Text von mir und bestimme nun die Schriftart Century Gothic. Sie ist bereits hier oben Century Gothic. Ich nehme eine grosse Schrift. Ich sage Century Gothic 20. Es ist alles in Century Gothic. Nun ist aber die Schriftfarbe noch störend. Ich markiere nochmals alles. Ich sage bei der Schriftfarbe, es soll fast schwarz sein. So. Und ich glaube, jetzt können wir weiterarbeiten. Schauen Sie bei der Regel 3 im nächsten Film. Und ich sage bei der Regel 3 im nächsten Film.